Okay. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Bin ich blöd? Ja, ne? Bin blöd. Eine kleine Schneekecke gefunden. Oder auch nicht. Oh wei, oh wei. Keine Ahnung was hier Sache ist. Aber... Hier scheint das nächste Cave aufzugehen. Und das nächste und das nächste und das nächste. An sich ganz cool. Wasser. Zombies. Na wo planscht ihr? Mit Wasser spielen ist schön, ne? Auch für Monster. Wunderbar, ich hab keine Ahnung wo wir hier ganz hinlaufen, aber... Ich möchte gerne alles... ...ausfackeln erstmal. Oh sehr schön, hier ist sicher. Ich glaub das war jetzt auch erstmal der letzte Zweig von dem Zweig von dem Zweig. Ähm... Ja, mal gucken. Wollen wir durchs Wasser planschen gehen? Eigentlich nicht, ne? Sind wir so langsam unterwegs. Okay. Seid safe. Oder auch nicht. Puh. Dann kommt nämlich die nächste Abzweigung. Sieht aber auch noch relativ in Ordnung aus. Oh nein, das war doof. Oh nein, das war doof. Okay, bringt anscheinend nicht viel, um das umzulenken. Ähm... So, was geht denn hier noch so schönes ab? Aha, das geht anscheinend mega tief rein da. Lassen wir auch erstmal sein. Ähm... Orientierung, Hilfe bitte. Ich mag das Planschen nicht so, dann... Also, wenn Viecher es planschen, dann denk ich immer... Die sind hier bei mir im Wasser und spielen da und freuen sich in Keks, als sie mich gleich aufessen können. Was das da oben ist... Weiß ich auch noch nicht so genau. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Noch eine Kammer, die klingt aber monsterfrei. Okay, ich hab nichts gesagt. Die ist wahrscheinlich nur ein Stück größer. Nein. Oh, wunderbar. Ist der Zweig hier auch sicher? Ja. Das wird noch interessant auf jeden Fall. So, wo sind wir denn jetzt hingegangen überhaupt? Irgendwo. Verlaufen oder wat? Okay. Hey, Kollege, na, wie geht's? Ach du Scheiße. Zwei Creeper auf mal. Zwei Creeper auf mal. Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist ja das... Boom! Das Schlimmste, was hier halt passieren kann mit den Creepern ist... ... ... dass die einem den Fußboden wegsprengen... ... und man dadurch direkt ins nächste Cave fällt. Total grässlich. Ist mir auch schon mal passiert. Ähm... Aber ja. Ist halt uncool. Okay. Okay, hier kamen gerade... ...drei Creeper... ...her. Ich habe ein bisschen Angst, dass... ...hier noch so rumrennt. Warum ist denn hier Licht? Okay. Wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wo ist ja auch egal. Ist auf jeden Fall miteinander verbunden hier. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nächste Höhle. Lava. Und... ...die nächste Höhle. Bleib mal da unten, Kollege. Da habe ich dich gern. Das waren doch zwei Blocks, oder? Da springt der nicht einfach hoch. Und schon sind wir in der nächsten Höhle mit Lava. Oh mein Gott. Ja, ja, Cave Tour macht Spaß. Cave Tour macht Spaß. Ich habe keine Fackeln mehr. Wir müssen hier jetzt raus. Okay. Ich glaube, das wird der schwierige Teil hier wieder rauskommen. Ich habe nämlich völlig vergessen, wo wir herkommen. Ob ich das mal so sagen kann. Sind wir runtergegangen oder rauf? Ich komme von hier bestimmt, ne? Jawohl. Von hier komme ich. Was ist... Oh. Ich habe doch... Keine Panik. Hier ist der Ausgang. Ich habe böse Viecher im Haus. Ich habe böse Viecher im Haus. Was machen die in meinem Haus? Das klingt so, als wenn das nicht nur der eine wäre. Okay. Oh nein. Ich will nicht einen Creeper in meinem Haus haben. Der sprengt mir doch alles. Ja. Er ist nicht in die Luft geflogen. Geil. So. Ja, das waren jetzt erstmal wieder zwei Teile. Da habe ich direkt am Stück gedreht. Wir sehen uns später. Bis denn. Bis dann. Vielen Dank.